Thomas schüttelt den Kopf. Ja, das wird ja noch ein, zwei Minütchen dauern. Wenn du weiter so suchtest, bist du heute Abend Level 6. Bleib mal stehen. Und jetzt oben rechts bei der Quest hast du so ein Bleib mal stehen. Ach, oben ich. Ja, wer denn sonst? Da hat ja einer einen Luftballon. Verrückt. Noch einer. Der wird ja groß. Was ist das denn? Hä, wer ist das? Aber da glitzert ja was neben dir. Neben mir? Schräg vor dir. Hä? Wo war es denn? Vorne, wenn? Ein Kohlendings gelöt. Was? Hoch? Verrückt. Wie würdest du denn jetzt so meine Fähigkeiten und mein Spieltalent bis jetzt bewerten? Selten was Besseres gesehen. Gerade beim Bilderarchitekt, da kann ich mir noch einiges abgucken. Was denn zum Beispiel? Ja, Movement. Nutzung von Skills und so. Das ist doch totale Scheiße, was du erzählst. Du beleidigst mich doch da. So einfach wird einem hier, werden die Quests einem hinterhergeworfen. Jetzt nur bevor du so wegrennen willst, da ist wieder so ein Fragezeichen. Ach, da ist es ja. Na ja, ihr könnt mich alle malen. Ja, wirklich? Also wenn du so gut FIFA spielen würdest, würdest du mich auch mal besuchen. So, ich habe aber bisher schon ganz gut ausfindet. Auf jeden Fall. Richtig gute Sachen hast du da. Wenn du jetzt so zuguckst, ne? Ja. Sagst du, jo, es macht mir eigentlich Spaß. Ich kann vielleicht sogar hier und da noch was dazulernen. Oder sagst du eher, ähm, hätte ich doch mal. Das Zweite. Sehr schön. Geht mir wirklich größte Mühe. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten hatte? Das ist die falsche Quest. Das ist ein Spieler. Was ist die denn? Ah, genau. Das ist die falsche Quest. Boah, Alter, ist das komplex. Hast du das gesehen? Was denn? Ich bin hier ein Frosch. Warum? Ich habe das Gefühl, dass ich hinter diesem Spiel verpalle und dann möglicherweise meine Frau und mein Kind links liegen lasse, ich nach Hause komme und zocke. Ich freue mich schon so, wenn wir zusammen raiden, Jochen. Wenn du Level 100 bist. Morgen? Äh. Jochen ist am Power-Level. Du kannst es nicht erwarten, dass er hier für die Noobs irgendwie anfängt, Quest-Texte vorzulesen. Okay, stimmt. Du musst noch deine weggeworfenen Holzbretter sammeln. Zwölf Stück. Ja, ich habe die doch nicht weggeworfen. Stufe 8. Rekord. Stufe 8. So weit war ich in meinem ganzen Leben noch nie. Fantastisch. Genau, heute Nacht hast du gepokert. Ja. Nicht beleidigt. Nein. Doch. SMS von Jochen. Sag nie wieder, ich spiele schlecht Poker, du Arsch. Punkt. Was du zockst, ist auch nicht gerade die Krönung. Und wie immer bei Jochen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das war ich? Ja. Und danach die Nachricht. Kannst du Brötchen mitbringen? Jochen Stank, der Geduldige. Jochen Stank soll das, glaube ich, heißen. Das geht. Nicht Jochen Stank, aber es ist trotzdem unglücklicher Name. Können wir vielleicht ein paar Warlocks dahin bekommen, die ein Portal machen? So schwer kann das ja wohl nicht sein, hier auf diesem blöden Seil zu laufen, oder? War extra. Peter Zwegert folgt uns. Peter Zwegert folgt uns? Ich wusste es. Peter, jetzt wo du gerade da bist, ne? Ich hab da ein kleines Problem. Wo wird's lang zum Pfeil? Das ist doch hier eine aus. Wohin zum Fragezeichen? Das ist doch aus Warcraft, oder nicht? Das spielt in das Warcraft. Ja. Das war's. 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 Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.